schönen guten morgen und herzlich willkommen auf meinem kanal ich treffe mich jetzt gleich mit meinem tippgeber und wir werden drei locations aufsuchen das erste ist ein kleiner restbauernhof das zweite ist ein familienhaus das seit drei jahren leer steht und immer noch komplett eingerichtet ist es sieht also so aus als wenn die leute jederzeit zurückkommen würden die tun es aber nicht als drittes ist ein alter nato bunker der noch sehr gut erhalten ist wenig besucht ist und auf keiner map ist und nahezu unbekannt ist jetzt darf ich 90 kilometer fahren bis nachher ich geh doch mal in den keller da war ich ja schon lange nicht mehr die tüsten um vom technik druckwasserbehälter da ist noch was für kleine leute der strom ist hier kein mehr das gebäude steht ja auch schon seit über zehn jahren leer freitag 1. september 95 15. september 93 15. september ich bin immer in mir durch schöne alte sachen hier drin fernseher tut dort drümmert das war wohl die gute stufe hier geht es ins strafzimmer auch von mächtig zu trümmert